hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1119 auf der hot online farm so ich wollte es jetzt wieder los schnipsen bis hier abfahrer noch nicht ganz auch nicht aber wo das noch herum ist hier hat ja noch ein bisschen was zu tun das so sehen gerade hier rumpelt den Schöpferchen hier rumpelt auch das draußen rumpelt den Schöpferchen also ich brauche schon abends brauche ich jetzt brauchen wir hier die Lampen mit Regenleitung Hilfe haben wir zu tun und ich brauche schon mal kurz gut frühstücken bis abend hier rein jetzt jung und brauche das geld hier bin ich aber bald überlegen ob ich mir hier ein Bild wiederhole da habe ich die buttermaschine zum lecker schmecker butter herzustellen da habe ich noch keine tiere da sind 50 Zwölfe wäre das Maximum. Zwölfe sind 48. Fähr fast. Ja, direkt im Verkehr fest. Moment. Ne, ich bin so arg. muss. Hallo und Wahnsinn. Ich weiß nicht was du erzählst. Extern im Verkehr fest. Das ist alles im privaten Bereich. So. Mal fest. Wollen wir ziehen. Wollen wir ja dann auch verkaufen. Gucken wo es den besten Preis gibt. Btzrops. Kilo. 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 Oh, vielen Dank. hochgedient. Warte mal, wie es aussieht, aber egal. Oh oh. Ding jetzt ein Lader holen. Ding, 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 ding. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Bye. ... 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 So auf euch seh grad wir sind am folgenden Ende angekommen, wenn es euch gefallen hat lasst gerne die Däumchen da, ich bin raus, tschau tschau sagt euer Jaso.